Ein herzliches Hallo von mir an euch. Ich bin die Krankenschwester in Dead by Daylight. Nein, ihr habt euch das gewünscht. Und ich kann die Nurse null, null, null. Ich habe sie schon mal gespielt. Ja, es ist nicht so, dass ich sie noch nie gespielt habe. Au, das war gar nicht so schlecht. Aber ich habe einfach keine... Keine großartige Übung mit ihr. Und... Bäm! Oh, da stand jemand? Da ging es nicht durch. Äh, ey, aber ich bin glücklich. Es war gar nicht mal so schlecht. Oh, wir haben da drüben Tüftler an. Äh, wieso liegen das nicht? Ich habe eigentlich noch einen zweiten Port hin dran gehangen, aber ist nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Ich bin schon sehr glücklich, ja, dass ich hier überhaupt was getroffen habe schon. Nach dem Port. Wenn ich es noch einmal hinkriegen würde, wäre das schon echt cool. Weil, dann würde ich die Archivaufgabe direkt schaffen. Aber wenn ich schon Nurse spiele, dann nehme ich die Aufgabe mit. Guck mal hier hinten. Hier ist nichts. Gut, dann gehen wir wieder vor. Oh. Naja, gut, das... Ja, das war schlecht. Das, äh... Gebe ich zu. Wieso reagiert das manchmal nicht mit der zweiten Teleportation? Danke, ich habe die Archivaufgabe geschafft. Das war der Plan. Das war knapp. Glück gehabt. Ruin ist weg. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir relativ egal, wie das hier ausgeht. Ich bin einfach nur so glücklich, dass ich überhaupt was treffe. Und das nach dem Port. Ich bin gefühlt nach dem Port blind. Ich sehe... Nichts. Ich weiß nicht, wo der Survivor ist. Ich glaube, der Nurse kann schon echt Spaß machen. Ähm... Ich müsste einfach auch mal öfter spielen. Da waren Kratzspuren. Hä? Wo bin ich? Ich... Äh, äh... Ich bin einfach... Da drüber? Ich will halt zu viel Porten aktuell. Ich sollte einfach mal schlagen. Merken halt, dass ich nicht gut bin. Trollen mich. Mist. Es war zu weit geworden. Und hier war noch Heu dazwischen. Ich will jetzt mal die Nancy. Ich will jetzt mal die Palette weg. Paletten... Ich kann das dann immer noch nicht so einschätzen, wie die Survivor gehen. Und wie ich supporten kann. Ah! Der Ehrgeiz ist geweckt. Ich möchte eigentlich jetzt hier gerne Nancy bekommen. Die Krankenschwester an sich ist halt mega langsam. Nancy, kriege ich dich noch? Oder kriege ich hier wen am Gin? Da ist Mac. Nancy legst halt jetzt auch drauf an. Dann kriege ich hier die Mac. Dann nehme ich halt die Mac. Ähm... Verdammt. Ich bin so eine Nurse, wo ich immer sage zu anderen... Ja, die ist nicht gut. Nancy! Gotcha. Tüftler, okay. Der geht gleich an. Ich glaube auch nicht, dass ich es dort noch hinschaffe. Knapp. Knapp. Schade. Die hätte ich gern... Äh, ihn hätte ich gern noch bekommen. Ich kann das halt noch nicht so richtig einschätzen. Wie weit die Ports gehen. Es gibt ein Add-on. Da kann man sich anzeigen lassen, wo der Port ungefähr rauskommt. Aber das verwirrt mich. Ich habe ja den Nurse schon... Zwei... Dreimal gespielt. Es ist nicht, wie gesagt, mein... Mein aller, aller, aller erstes Mal. Aber... Ne, das habe ich nicht. Der geht an. Ähm... Aber ich habe sie wirklich noch nicht... Auf... Was war das schon... Habt ihr das mit der Animation gesehen? Ich habe sie gegriffen und dann DVD einfach so... Nö. Die greifst du nicht. Du kriegst nur den Hit. Die war hier noch irgendwo, die Mag. Aber ich schaue, dass ich hier hinterkomme. Er zieht durch. Er weiß, dass ich einen Cooldown habe. Er zieht nicht durch. Achso, durch Steine geht es ja nicht. Ah, und dann war der zu weit. Nein. Hier ist wer dahinter. Nee, doch nicht. Sie haben halt gefühlt alle Gens an. Mist. Blät ist auch noch... Man ist halt von der Grundgeschwindigkeit wirklich langsam mit der Nurse. Du musst porten. Du musst. Gucken, ob ich hier noch... ...die Mag bekomme. Ich habe ein paar Haken geschafft. Und ich müsste die Archivaufgabe fertig haben. Was ist das, was zählt? Ich glaube, sie will mich weglocken. Nee, 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 nee. Hier muss doch noch jemand sein. Wenn sie mich weglocken. Wow. Die Krankenschwester so... ...stuck, stuck, stuck. Schade. Schade Schokolade. Oh, ich bin zu... Ich bin zu ungeduldig. Danke. Danke für die Gratisschläge. Das ist nett. Jetzt hat sie schon Angst, dass ich sie treffen könnte. Mist. Ey, aber ich bin nicht zufrieden als Nurse mit null Ahnung. Und? Ja. Okay, Aufgabe geschafft. Ich bin wirklich zufrieden. Ihr habt fast 20.000 Punkte. Irgendwie mehr als erwartet. Aber eigentlich habe ich das eigentlich auch schon erwartet. Egal. Ihr habt jetzt hier quasi auf YouTube die erste Runde Krankenschwester von mir gesehen. Ich glaube, sie kann wirklich Spaß machen. Wenn du sie beherrschst. Ansonsten ist es immer so ein kleines Glücksspiel mit den Ports. Ich hätte sicherlich 1, 2, 3, 4 Hits mehr landen können. Wäre ich nicht zu ungeduldig gewesen. Aber es ist okay. Ich möchte mich gar nicht beschweren. Alles cool. Und ihr habt jetzt die Nurse gesehen. Ich wünsche euch heute noch einen tollen Tag. Wir sehen uns sehr gerne zur nächsten Folge Dead by Daylight wieder, wenn ihr möchtet. Bleibt gesund. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß an der Runde. Ich hatte tatsächlich Spaß. Der Ausgang war mir gleich. Ich hatte Spaß an der Runde. Und tschüss. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. 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 Untertitelung des ZDF, 2020